Es geht um folgende Wette. Der Bungee-Guru, Jochen Schweitzer, Bungee ist das mit diesem Gummiseil am Hubschrauber, bietet eine gigantische Wette an. Er will aus einem Hubschrauber in 2000 Meter Höhe abspringen, am Bungee-Seil einen halben Kilometer tief fallen, wieder hochschnellen, dann das Seil ausklinken und an einem Fallschirm zur Erde rauschen. Dies alles innerhalb von drei Minuten und dann will er innerhalb von drei Minuten ganz am Schluss in der Halle erscheinen. Top, die Wette gilt. Und jetzt erst am Gummiseil. Und weg damit. So, jetzt hängt er an diesem Seil, das rollt sich aus und gleich schnallt er hoch. Er fällt, er fällt, er fällt und jetzt schnallt er wieder hoch. Und jetzt hat er sich ausgeklinkt und rauscht am Fallschirm nach unten. Und jetzt wäre es schön, wenn der Fallschirm aufging. Er ist dann natürlich zu kurz. Ja, doch, jetzt hat er... Oh, jetzt rauchen ihm die Socken, mein Lieber. 1,17. Eine Minute. 50. 30. 1,17. Hoppala. Hey! Jochen Schweitzer. Wozu ist das Messer da, um Gottes willen? Ist das für Paul Hogan oder wenn der Fallschirm nicht aufgeht? Ihr habt hier ein... This is a knife, right? Hä? Wozu ist das? Das ist, wenn... Wenn ich mir versehen... Wenn das aus Versehen öffnet, unten. Ja. Dann ist für mich der einzige Weg wegzukommen. Ja. Das aufmachen und die... Gut, dass wir diesen Weg nicht wählen mussten. Jochen, wir sind stolz auf dich. Wir sehen dich nachher in der großen Reihe unserer Kandidaten zum Wettkönig. Jochen Schweitzer. Dankeschön.